Herzlich willkommen zu Bears Gaming. Ich bin immer noch Barney und ich bin immer noch Max. Genau. Und heute haben wir die schockierende Nachricht erfahren, dass Unge seinen Kanal schließt. Einen seiner Kanäle. Ja, einen seiner Kanäle. Und zwar Unge schließt Unge den Kanal und macht alles nur noch auf ungespielt. Max und ich haben vorher ein bisschen diskutiert und da dachten wir, warum diskutieren wir das Ganze nicht für euch vor der Cam? Und das tun wir jetzt auch. Also ich bin eher so der Meinung, ich finde es zwar erstmal gut, dass er es überhaupt macht, weil ich das nicht verstehen kann, wie man immer hundert verschiedene Kanäle haben muss oder braucht. Und das sind wir uns auch einig gewesen. Vor allem auch betreut. Ich meine, du musst jeden Kanal pflegen. Du musst für jeden Kanal, wenn du täglichen Content haben willst, musst du jeden Tag einen Vlog drehen, jeden Tag Gameplays machen, jeden Tag Content bringen einfach für jeden Kanal. Eben. Es ist auf jeden Fall wirklich so, dass man immer für jeden Channel dann ja Content liefern muss und am besten täglich und finde ich auch absolut ein Quatsch. Man kann es ja wirklich einfach alles auf einen Channel packen. Ich finde es auch besser. Auf jeden Fall besser. Vor allem, ich meine, es heulen ja immer welche rum auf einem Gaming-Kanal. Ihr habt keinen Vlog was zu suchen, keine Synchro wie jetzt bei uns oder... Ja, wir machen eh alles falsch, was das an mir geht. Wir machen alles falsch. Wir sind komplett voll Pfeifen sind wir. Aber warum? Warum soll ich mich mit einem Kanal auf eine Schiene festlegen? Mimi, habe ich in dem letzten Video gesehen, der hat auch gemeint so, die Leute regen sich drüber auf, dass er seinen Stil verändert hin und wieder oder andere Sachen macht, andere Formate bringt. Die Leute regen sich drüber auf und da hat er sich jetzt drüber aufgeregt und ich finde Mimi hat da eben auch recht, wenn er sagt, wieso darf ich nicht machen, was mir gefällt, Punkt 1 und Punkt 2. Man wächst ja auch irgendwie oder man ändert sich ja auch irgendwie selber persönlich von seinen Interessen und so und dann macht man halt, wenn man jetzt gerade Bock auf Gaming hat, macht man halt Gaming. Wenn wir jetzt gerade Bock auf, wie wir einen scheiß letzten Schwätz machen wollen, dann machen wir halt das. So sieht es doch aus. Auf dem Gaming-Kanal. Ja, auf dem Gaming-Kanal. Wer legt denn fest? Okay, bei uns ist es jetzt im Namen. Ja, da kommen wir zu dem Thema, da haben Max und ich uns vorhin ein bisschen in die Haare gekriegt. In die Haare. Ich an Unges Stelle den Kanal Unge behalten und hätte Ungespielt gelassen, aber stillgelegt. Also nicht gelöscht, sondern wirklich nur gesagt, ab hier passiert nichts mehr auf dem Channel. Ich mache alles auf Unge, weil dann wäre er nicht mit dem Namen befangen, wie jetzt bei Ungespielt oder Ungespielt oder wie man es spricht. Und ja, Max ist da andere Meinung. Ungespielt war sein erster Channel. Den hat er sich aufgebaut, mit dem ist er groß geworden, sag ich mal. Das war, mit dem Kanal hat sein ganzes Ding angefangen. Und den zu löschen, ich glaube, das würde mir an seiner Stelle emotional auch ein Problem bereiten, weil das eben sein Baby ist im Prinzip. Unge war ja nur so ein Zwischending oder so ein Nebenzweig. Nebenzweig mit 1,4 Millionen Abos. Ja, natürlich. Ich meine, Ungespielt hat 1,8. Also es ist halt sein erstes Ding so. Das ist eben das, wo er die meiste Bindung, das sagt er ja auch, wo er die meiste Bindung dazu hat. Ich meine, das ist vielleicht auch wirklich so eine Sache, da können wir jetzt gar nicht mitschwitzen mit unseren 200 Abos. Wenn wir dann wirklich eine Million Abos auf zwei Kanälen, mehr wie eine Million Abos auf zwei Kanälen hätten und müssten uns dann entscheiden, welchen wir stilllegen. Ja, ist schwierig zu sagen, glaube ich. Da gebe ich dir schon recht mittlerweile. Aber um dieser Namensbefangenheit aus dem Weg zu gehen, hätte ich den Unge-Kanal eh genommen. Das ist auf jeden Fall flexibler oder dass keiner sagen kann, der heißt Ungespielt, da müssen Spiele kommen. Abgesehen davon sagt er, wer mit Gaming gar nichts am Hut hat, ist eh falsch. Ja, ich verstehe das eh nicht. Was erwartet ihr da draußen? Okay, ich gehe auf einen Gaming-Channel und erwarte Gaming. Ich sag mal, kann ich irgendwo nachvollziehen, aber wenn derjenige doch dann da irgendeinen Vlog oder irgendwas anderes raushaut, dann guckst du dir doch nicht an, verdammte Scheiße, Alter. Dann guck dir den Gaming-Scheiß an auf dem Channel. Wenn es dich nicht interessiert, klick nicht drauf, dafür gibt es Playlisten. Mit der man sich auch immer viel Arbeit macht übrigens. Wie ihr jetzt bei, um mal noch einen zu nennen, bei dener seid, der gerade auch ARK spielt, wie ich, und ihr wollt aber nur Minecraft sehen, ja dann geht doch auf die Minecraft-Playlist oder klickt die ARK-Videos nicht an. Im Fernsehen kommt doch auch nicht immer nur auf einem Sender nur eine Art Film. Da kommt doch auch eine Komödie, dann kommt ein Drama, dann kommt ein Horrorfilm. Und nicht nur, nee, das ist pro 5, da darf nur Komödie laufen. Was soll das? Pro 5. Komischerweise bei mir immer schon auf dem Kanal 5. Nein, 7. Nee, 6. Der Zahl ist Stil. Der Sender mit dem bunten Ball. 5. Das ist bei mir 4. Oh Mann, zum Glück wohnen wir in einer Wohnung, das wäre eine Katastrophe. Abgesehen davon. Das wäre nicht nur von der Channel-Belegung her ein Problem, glaube ich. Nee. Weil Barney ist wie ein Techniker, den dir eine Internetfirma ins Haus schickt. Er sagt, er kommt zwischen 7 und 8 und um viertel neun steht er dann vor der Tür. Alter, ich schreibe, ich komme um 8 und war um 5 nach 8 da. Jetzt würde mich interessieren, was ihr zu dieser Unge-Thematik sagt. Vor allem, weil er den Channel ja leer gemacht hat. Es ist nur noch dieses eine Ansage-Video drauf, dieses letzte Video, wo er quasi sagt, auf diesem Channel passiert nichts mehr, ich packe alles auf Ungespielt, alles andere ist weg. Channel mit 1,4 oder fast 1,5 Millionen Abonnenten, zack, ausgelöscht. Feierabend, sagt er ja auch selber, dass viele sagen, bist du bescheuert? Das ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt. Ja, genau, wie Max schon gesagt hat, was haltet ihr jetzt vom Thema Unge schließt seinen Kanal? Mischt die Formate. Wie findet ihr, dass das erst gemacht hat? Wie findet ihr es, wie er es gemacht hat? Das würde uns alles mal ein bisschen genauer interessieren eigentlich. Was sagst du eigentlich zu einer Staffel Game of Thrones? Was sagst du eigentlich zu einer neuen Staffel von King of Thrones? King of Thrones? Und Game of Queens? Ja. Jetzt passt es. King of Thrones und Game of Queens. King of Thrones und Game of Thrones.